Am Samstagabend, 19. Oktober, hat das große Warten für alle Schlagerfans endlich ein Ende. Denn die ARD zeigt die wohl größte Schlagershow des Jahres zur Primetime. Schlagerlegende Florian Silbereisen führt durch den Schlagerboom 2024, der unter dem Motto Alles funkelt, alles glitzert, steht. In der Westfalenhalle in Dortmund empfängt Silbereisen hochkarätige Gäste aus der Welt des Schlagers. Das Publikum begeistern werden unter anderem DSDS, Star Beatrice Egli, Andrea Berg, Vanessa May und Roland Kaiser. Bereits das Intro des diesjährigen Schlagerbooms sorgt für glänzende Augen beim Publikum in der Halle und den Zuschauern vor den Fernsehern. Denn von Feuerwerken begleitet betritt Gastgeber Florian Silbereisen die Bühne. Auf den Plätzen um die Bühne herum sitzen stolze 20.000 Menschen und sehen das Spektakel live mit an. Die Schlagerlegende eröffnet die Show mit einem Medley aus den Hits, die pure Lust am Leben, griechischer Wein und Marmor, Stein und Eisen bricht. Die Fans halten ihre Handytaschenlampen in die Luft und genießen den Moment, auf den sie wochenlang gewartet haben. Den ersten Auftritt des Abends darf DJ Ötzi absolvieren, der mit seinem Hit Gigolo begeistert. Im Anschluss an die Performance fasst sich Florian Silbereisen ein Herz und berührt die Zuschauer mit emotionalen Worten. Nachdem die letzten Töne von DJ Ötzi's Hitsingle verklungen sind, betritt Schlagerboom-Gastgeber Florian Silbereisen wieder die Bühne. Der Sänger stellt sich neben den Partyschlagersänger und richtet ungewohnt emotionale Worte an das Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen. Florian Silbereisen predigt, wenn alle gemeinsam singen, ganz egal, woher sie kommen, ganz egal, woran sie glauben und ganz egal, wen sie lieben. Dann feiern wir den Schlagerboom. Das ist einfach magisch. Es singen wirklich alle mit. Diese Worte würde der Schlagerboom-Moderator am liebsten in die ganze Welt hinausschreien. Der 43-Jährige macht in diesem Moment noch einmal mehr deutlich, wie sehr Schlagermusik die Menschen verbindet. Was der Schlagerboom 2024 noch bereithält, wird wohl kein Schlagerfan verpassen wollen. Denn mit schlechter Laune wird keiner der Zuschauern heute ins Bett gehen.